Auf dem Territorium des UNESCO-Weltkulturerbes, die Sofia Kinska oder die Sofienkathedrale, finden Sie sehr viele deutsche Spuren. Hinter mir ist der Glockenturm, aufgestockt und renoviert Mitte des 19. bis 18. Jahrhunderts vom deutschen Architekten Jürgen Gott Schede. Rechts von mir ist das Metropolitenhaus, aufgestockt auch vom Jürgen Gott Schede. Und gegenüber dem Metropolitenhaus sieht man das Zaworowski Tor, der Eingang auf das Territorium der Sofienkathedrale, gebaut komplett vom Jürgen Gott Schede. Sofie Knessetrale. Sofie Kinschede.